hallo und herzlichst willkommen zu einer weiteren folge von deeprock galactic mit eurem xybotchen hier am start und wir sind stufe 8 mit unserem speer der letzte der jetzt noch auf sterne hochgelevelt werden soll danach haben wir alle beruhigt ich guck gerade noch mal nach eine xp mission aber es sieht gerade so aus dass wir keine mehr haben nein haben wir nicht ok dann würde ich sagen wir schließen uns einfach irgendwo an und gucken mal was wir kriegen ganz spontan hängen wir uns einfach mit ran irgendwo irgendwer braucht schon unsere hilfe würdest du gerne dein eigenes spiel gestalten nein ich will einfach nur hier woanders beitreten so 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 irgendwas funktioniert gerade nicht im spiel die letzte mission ist auch schon keiner beigetreten weltweit suchen bergungseinsatz von moldings komm da machen wir aber mit egal auf geht's äh mit unserem speer ja schön und er hat ungold geziffert das heißt es gibt eine Menge kohle finanzen finanzen drei berg der berg drei muris nicht drei berg drei berg muris drei muris berg unten die fossile ich hasse fossile aber nicht weiter wild aber nicht weiter wild ah here we go sehr schön läuft ja bei uns direkt für rock'n stone für rock'n stone ich bin direkt perfekt gelandet direkt für die muris um um hör auf jetzt zu nerven ich alleine? wo ist eine andere? mach da ist er ok rauer kailus 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 die gut die 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 Was ist das? Supplies are on the way, also faktisch ist ja fertig, ne? Wo wollen wir denn hin? Let's run up, ja? Wo willst du denn hin? Also ich folge dir einfach mal. Ich schätze mal, du weißt, wo du hin musst. Alles klar, hier hin. Also sinnvoll wäre natürlich hier die Support zu machen und nicht da unten. So, das ist die korrekte. Und also, du entscheidest. Okay. gut Ja, keine Ahnung, was willst du machen? Sag! Sprich in ganzen Sätzen! The Mules are heading back. Follow them and let's get that drop part fixed. Remember you can always deposit on the side of the drop part. All Mules are secured. Now to get the pod working. First, establish a proper connection between the pod and the space rig. Set up the Oblink. He had so long in this mission that he doesn't know how it went. I'm attacking. Oblink ready. Triangulation initiated. Do not leave the triangulation zone or we will lose the connection. We only got one shot at this. Triangulation at 50%. Oh, oh. Oh! Cool! Nice! Drogenkrieg 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 Was ist das? Okay. Fuel sales charging. Stay close to keep them operational. We're expecting an increase in our styles. Supply fire have launched. Better stand back. One plastic. Ready to use. And four. The supply party's here. Everybody select ammunition. And we take it. Fuel sales and fifty percent. Yah! 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 Was ist das? 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 Was ist das?